Zwei Skateboarder halten ein Seil fest. Ziehen beide Personen am Seil, treffen sie sich in der Mitte. Was passiert, wenn nur eine Person am Seil zieht? Zieht nur eine Person am Seil, so treffen sich die beiden Skateboarder an derselben Stelle. Warum ist das so? Das linke Ende des Seils hält mein Bruder Philipp. Das andere Ende des Seils halte ich selbst fest. Das Seil ist mit Philipp durch das Festhalten verbunden. Ziehe ich am Seil, so übe ich eine Kraft auf das Seil und damit auf Philipp aus. Er erhält eine Zusatzgeschwindigkeit. Ich bewege mich ebenfalls, erhalte also eine Zusatzgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass das Seil ebenfalls eine Kraft auf mich ausübt. Wir bewegen uns aufeinander zu, erhalten also Zusatzgeschwindigkeiten in entgegengesetzte Richtungen. Die beiden wirkenden Kräfte sind also entgegengesetzt gerichtet. Weiters legen Philipp und ich eine gleich lange Strecke zurück. Daher müssen die Zusatzgeschwindigkeiten und damit die ausgeübten Kräfte gleich groß sein. Somit kann wieder das Wechselwirkungsprinzip gezeigt werden. Übt ein Körper 1 auf einen Körper 2 eine Kraft F12 aus, So übt Körper 2 auf Körper 1 eine gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft F21 aus.